ja ich wünsche euch ganz ganz viel spaß bei diesem wunderbaren kongress an dem ich auch als teilnehmerin dabei sein durfte und mein interview heute hier aufgenommen habe es war eine rundumschlag sozusagen und das ist auch genau das worauf ihr euch freuen dürft auf ein rundumschlag zum thema berufung herz intuition erfolg und letztendlich auch im grunde das große thema entscheidung wir haben über ganz viele tolle spannende themen gesprochen und wenn euch das interessiert wenn ihr wirklich da mehr in diese weibliche energie reingehen wollt wenn ihr mehr erfahren wollt dann schaut euch doch gerne mal das ganze an und meldet euch zum kongress an